Ahu und herzlich willkommen liebe Leute und bevor es losgeht möchte ich euch ein neues System erklären, was ich jetzt in ein paar Folgen gerne machen würde. Okay, wir spielen erstmal Smash und die Leute lieben und joinen schon, das fackt mir schon mal direkt ein bisschen was ab. Auf jeden Fall, würde ich gerne in ein paar Folgen das mal so machen, mal gucken wie sehr da von den wenigen Zuschauern, die wir haben, da mitgemacht wird. Und zwar schreibt jeder Zuschauer, wenn ihr einen coolen Moment gerade seht, die Zeit einfach in den Kommentaren. Das heißt, wir sind gerade bei, ich weiß es nicht, 30 Sekunden, das heißt ihr schreibt 0.30 in die Kommentare. Wenn was Cooles zu dieser Zeit geschehen ist oder etwas, was mir selber nicht aufgefallen ist, das ist. Das heißt, wenn jetzt irgendwer wieder mal duverfickter Hurensohn in den Chat geschrieben hat oder sowas oder was weiß ich. Oder plötzlich irgendwas durch meinen Hintergrund hier fliegt oder grundsätzlich eure Lieblingsstellen, spannender Kampf oder irgendwas. Einfach eine Zeit, wo ihr gerade seht, oh das ist jetzt spannend oder oh das ist gerade cool oder oh das war gerade lustig oder oh da hat er sich gerade versprochen. All diese Scheiße oder sonst was. Schreibt ihr einfach in die Kommentare und dadurch, dass ihr so eine Zeit da reinschreibt, können die Leute dann einfach auf die Zeit klicken und sich das selber nochmal angucken. Und ich finde das Ganze dann interessant, wenn ich dann so von euch eure Lieblingsmomente oder lustige Momente sehe oder teilweise Sachen in Folgen später mal sehe, die mir selber vorher nicht aufgefallen sind. Das fände ich mal ganz cool. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein Intro einblenden, aber ich habe dafür jetzt keine Zeit mehr, dadurch, dass ich das immer überblende und nicht reinschneide. Ähm, aber ist jetzt auch egal. Uh, uh, gerade gefährlich. Gerade im Moment gefährlich. Denn ich habe mir meine Map hier schon, ich bin schon ein bisschen länger auf der Map, habe ich mir so ein bisschen was überarbeitet. Und zwar, äh, mit der Lava. Was natürlich dementsprechend auch mega gefährlich ist. Ähm, dadurch, denn wenn man hier einmal in die Lava fliegt, ist man direkt tot. Und die anderen wissen auch, wie man damit spielt. Ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen was gefährlich für mich. Vor allem, wenn es so ein bisschen was laggt. Wow, wieso habe ich so schnell so viele Prozent bekommen? Naja, das war es erstmal mit meinem ersten Leben. Ähm, einer von denen hat aber auch nur noch ein Leben. Das ist auf jeden Fall knapp für den Burschen. Ähm, hier habe ich erstmal ein Schwert. Mit dem werde ich dann mal gucken, wie ich weiterkomme. Und, äh, denk einfach mal dran. Einfach immer mal so eine Zeit in die Kommentare zu schreiben. Ähm, das könnt ihr natürlich bei jeder möglichen Folge machen. Aber, ähm, bei allen möglichen Folgen, die ihr hier seht. Aber explizit würde ich das gerne so bei den Folgen sehen. Wo ich das natürlich doch am Anfang sage. So wie gerade, so sage ich das am Anfang. Also, wow, guck mal, wie krass ich den einfach weggehauen habe. Das ist zum Beispiel eine Zeit, die ihr reinschreiben sollt. Also schreibt jetzt diese Zeit in die Kommentare. Nee, ich finde das mal wirklich interessant, wenn, äh... Vor allem, wenn man am Ende irgendwann mal ganz viele Zuschauer hat. Äh, wäre das mal interessant einfach zu sehen. Äh, wie sich das entwickelt, wenn man mehrere Zuschauer hat. Ach, komm schon. Ja, mit Legs ist das natürlich übertrieben unfair. Aber der Typ hat auch ein bisschen verkackt und der ist runtergeflogen. Das heißt, er hat nur noch ein Leben und ich habe nur noch zwei Leben. Und ich muss gerade meine... Äh, mal was machen wir. Wenn ich so einen Pulli anhab hier, dann ist das so ein bisschen eng an den Armen. Äh, wow, da kommt der plötzlich so, während ich nämlich gerade noch im Richten bin. Das ist aber nicht... Das ist aber kein soziales Verhalten. Ich weiß, was auch kein soziales Verhalten ist. Oh, scheiße, ich wollte mir den gerade schnappen mit dem Runterspringen. Okay. Äh, darf ich doch nicht machen. Das, äh, führt zum... Tode. Ähm, hier habe ich eine Blume. Mit der Blume kann ich alles zum Fackeln bringen. Äh, da fackel ich aber auch nicht lang. Hahaha. Okay, ich habe auf keinen Fall getroffen. Wow, du bist plötzlich hier. Diese richtig krassen Legs. Alter. Was geht da ab? Was ist da unten gerade gespawnt? Ein Ei. Gut, das Ei, das kann ich jetzt einfach mal... Was geht der? Was tut der da? Mal gucken, was da rauskommt. Oh, 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 shit. Mega nice. Hier was zu essen und hier... Nur mal was zu essen und hier ein Schwer hat. Äh, das nehme ich mir jetzt erstmal mit und dann gehe ich jetzt sozusagen offensiv auf Kämpfen. Ich hätte mir, ähm... auch gerade eigentlich was anderes nehmen können. Und zwar... Wupp, das war's mit dir. Nice. Äh, der hat sich hier so blöd an den Rand gestellt. Ich hätte mir auch gerade natürlich einen Teleporter nehmen können. Das wäre so eher ein defensiver Gegenstand. Damit könnte ich halt ausweichen oder nicht ausweichen, sondern mich wieder auf die Map teleportieren. Ähm, ich hoffe jetzt mal, ihr kennt alle Smash, denn dann brauche ich jetzt nicht nochmal das Prinzip von Smash zu erklären. Vielleicht habt ihr das auch jetzt schon erkannt. Wenn ihr das nicht kennt, ich habe das, glaube ich, vor zwei von den... In der vorletzten Smash-Folge erklärt, wie Smash funktioniert. Also ist das, denke ich, jetzt nicht so toll, nochmal alles zu erzählen. Ja. Ähm... Ich werde jetzt kurz die letzten 10 Sekunden cutten. Bis gleich. So, es geht weiter. Ähm... Ja. Und... Ähm... Ja, da hinten ist immer noch derselbe Gegner. Ich werde jetzt mal... Alter, diese Lags, ey. Ich hasse das. Wenn man auf diesem Server nicht Ranked spielt, dann kommt man immer auf diese vollen Server hier. Und die laggen natürlich wie Sau. Mal gucken, ob ich danach wieder Ranked spiele. Aber bei Ranked hat man auch manchmal einfach Probleme, in den Ranked reinzukommen, weil man so ewig lang wartet. Aber guck mal, so mit diesen Lags lohnt sich das ja auch überhaupt nicht. Alter! Was ist das hier für ein... Jetzt habe ich auch noch einen Schluck auf Scheißgeräusch. Gerade gewesen. So. Ganz schön. Hauen wir den mit den meisten Prozenten einfach einfach aus der Wand raus. Oh. Oh, das war sehr nice. Und das, was ich hier habe, ist genauso nice. Problem ist, ich muss vorsichtig sein, wenn ich das anwende. Zum Beispiel jetzt war ich nicht vorsichtig. Und fliege fast auch noch selber in das von mir projizierte Loch. Ich habe da einfach verkackt den, ähm, den Ding. Ja, den Sprung habe ich auch über... Ich kann nicht reden, Leute. Habe ich auch übels verkackt. Ähm. Und ja. Ähm. Bevor ich jetzt wieder irgendeine Scheiße rede oder mich über die Gegner aufrede, rege. Schreibt doch auch mal in die Kommentare, was euch auffällt. Was irgendwie falsch aussieht oder... Ja. So, so, so Sachen halt, ne. Wenn euch irgendwas in der Folge auffällt, einfach in die Kommentare. Und ich bin mal gespannt, weil ich baue auch selber so absichtlich so ein paar Sachen ein hier in die Folge, die euch auffallen sollten. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie viele Leute die einzelnen Sachen da, äh, die ich hier extra eingebaut habe, gesehen haben auch. Das ist... Das kommt dann auch mal noch dazu. Ähm. Ja. Jetzt werde ich aber erstmal was weiter camp-fan. Und der eine 22% den könnte ich vielleicht mit der Angel vernünftig erwischen. Äh. Der haut natürlich ab. Ich glaube, der checkt, dass ich eine Angel habe. Aber mit diesen Licks bringt ja auch die geilste Angel nichts. Vorsetzen. Ist das sein Ernst? Ist er einfach verschwunden? Ah, da hinten sind beide. Oh. Was das einfach soll hier? Diese übertriebenen Lacks. Ach, ich war zu weit weg. Dann löste ich die Angel. Ich dachte, der folgt mir irgendwie. Ich wollte ihn nämlich jetzt so in die Lava reinziehen. Oh, das war gefährlich. Ich hab gerade gar nicht gesehen, ob ich wirklich getroffen wurde. Okay, jetzt hab ich die Angel geschrottet. Hab sie einfach verbraucht. Die hätten wir besser einsetzen können. Die hätten wir echt besser einsetzen können. Und irgendwann, ne? Irgendwann regen sich diese scheiß Lacks auf. Und jetzt bin ich auch noch in so einem scheiß Ice Cube drin. Da werde ich auf jeden Fall jetzt gleich verkacken. Weil ich keinen vernünftigen Sprung... Doch, springen kann ich, aber... Ah doch, jetzt geht's. Jetzt ist das Teil weg. Alter, diese Kommentare einfach ganz nett. Huren so gekillt. Ja, alles klar. Das meine ich jetzt übrigens nicht damit, dass ich absichtlich welche einbaue. Also, ich hab niemanden dafür bezahlt, dass ihr mir in die Kommentare eine Scheiße reinschreibt. Falls ihr jetzt glaubt, ich würde sowas machen. Aber... Ich denke, was ich eingebaut habe, ne? Was euch auffallen sollte, das war so offensichtlich. Mal gespannt, wie viele Leute da wirklich auf mich hier in den Kommentar schreiben. Weil das machen ja nicht immer alle. Uh! Oh, war das knapp! Und eigentlich hatte ich keinen Doppeljump mehr. Ich hatte den noch gerappt und zurückgeschlagen. Hätte ich den nicht zurückgeschlagen, hätte ich den einfach mit rausgehauen. Oder mit rausgezogen, Alter. Damn! So. Holen wir uns das Schwert. Und hauen den unten jetzt zu. Kleiner. Das Problem ist, die beiden haben sogar noch zwei Leben. Wenn ich da ja nur noch ein Leben habe. Oh, dafür hab ich gerade einen getötet. Der andere... Hä? Oh, der eine hatte gerade Pesh. Der ist instant wieder gestorben. Das ist zum Beispiel irgendwie so ein Bug, den es hier gibt. Jetzt hab ich nur noch einen und der hat im Grunde genauso viel Prozent wie ich. Außer er hat sich gerade selber treffen lassen, was ich jetzt mal für ihn nicht hoffe. Aber bei diesen Legs... Nee, nee, der hat sich nicht treffen lassen. So. Ach, komm schon. Komm doch aus dem Wasser raus. Diese Legs sind echt nicht mehr schön. Der killt sich einfach selber. Alles klar, der hat wohl auch keinen Bock mehr auf mich. Oder auf diese Legs. Ähm, was ich jetzt machen werde. Ich werde jetzt nochmal cutten. Und, ähm, dann sehen wir uns in einem Ranked wieder, wo es hoffentlich nicht leckt. Also, sieben Hapfe natürlich. Slash Hap. Bis gleich. Ja, äh, Ranked geht einfach nicht los, äh, egal wie lange ich warte, egal wie viele Racktitel auch schon im Hintergrund durchlaufen. Niemand interessiert sich für Ranked. Warum eigentlich nicht? Guck mal, das ist viel geiler. Da leckt es einfach nicht. Überall anders leckt es. Ranked nicht. Geh doch einfach... Klick doch einfach aufs Schild. Wieso weiß niemand, dass es da oben ein Schild gibt? Guck mal, klick da doch einfach drauf. Hier, The Danny. Du stehst doch so blöd hier vor. Drück da doch einfach drauf. Nimm's doch. Geh doch da rein. Nein, stattdessen gehen die nach hier oder so. Was wollt ihr hier? Guck mal, da ist viel cooler. Ah, egal. Dann geh ich anstattdessen in der Zeit noch irgendwo anders rein. Ähm, denn es ist ja so beim Ranked... Oh, Moment. Oh, oh, ich bin im Ranked. Ist das jetzt das Ranked? Nein, das ist nicht... Hä, wo ist denn jetzt die Ranked-Anzeige? Alter, ey. Diese unnormalen tollen Lags, Alter. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Normalerweise ist es unten... Ich wollte es mit den Fingern so in der Kern drauf zeigen, wo das ist, aber das ist ja irgendwo ganz anders. Da unten in der GUI... Hier... Wie soll ich das zeigen? Hier unten so. Da, wo ihr jetzt meine Maus seht. Genau. Da ist ja normalerweise steht dann da Matchable Open oder Starting in 21. Genau, jetzt steht es da wieder. Waiting for a match to become open. Und das aktualisiert sich eigentlich im Millisekundentakt. So dumm, 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 dumm. Und, ähm, nicht exakt im Millisekundentakt, aber so im halben Sekundentakt, sag ich jetzt mal. Und ihr seht einfach, wie verzögert das ist und wie ich einfach hier rumfliegen kann. Und das sollte eigentlich ein Double Jump sein. Und diese Scheiße, ich will so nicht spielen. Und ich will mit diesen Lags einfach nicht spielen. Das ist so richtig grausam. Also, wir sehen schon, sehr viele Leute verlassen jetzt schon den Server, da er einfach so krass laggt. Ey, so geht es hier auch niemals los. So warten wir Ewigkeiten, bis der losgeht. Ne, das sehe ich eigentlich nicht ein. Oh Mann, ey, was ist das? Na ja, ich cutte für euch, wenn es wieder spannender wird. Haut rein, bis gleich. Wow, ähm, zu cutten hat es gerade übertrieben gelohnt. Nicht. Ich hoffe jetzt mal, dass es besser funktioniert. Guck mal, ich konnte gerade fliegen. Mal gucken, vielleicht komme ich an einen Ort an, den ich vorher noch nie war, wenn ich hoch genug fliege. Egal, ich versuche mich einfach zu kloppen mit anderen Leuten. Keine Ahnung wie, aber die stehen so rum. Ich haut auf, dann bekommen sie Schaden. Warum geht der nicht einfach ins Ranked, Leute? So kompliziert ist das nicht. Ja gut, warum spiele ich auch Freitagsabends? Das ist ja auch nicht gerade die super Idee, um... Oh, oh, der Rettus Ranked geht los. Ich werde jetzt teleportieren. Oh, 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 ich freue mich, ich freue mich. So, wir sind drin im Ranked hier, ohne Legs, vier Leute auf einem Server. Hier kann es einfach nicht leggen. Keiner von denen hat irgendwelche Partikel, das heißt, es wird für mich nicht unmöglich, gegen die zu kämpfen. Ähm, wünsche mir auf jeden Fall viel Glück für die Folge. Und, ähm, ja, denkt weiterhin einfach eine Zeit in die Kommentare zu schreiben, ne? Wo irgendwas... Uah, ich hasse es! Ach, knapp. Boah, ey, ich hasse es. Ähm, alter. Wenn ich einfach noch am Hüpfen bin und denke, ich bin der Lobby, dann einfach aus der Lobby ins Spiel rein teleportiert werde. Dadurch bin ich einfach schon so oft gestorben. Richtig knapp, richtig knapp. Ähm, frag mich nicht, warum ich nicht vernünftig einfach richtig knapp sage. Das ist nun mal ein bisschen seltsam. Aber es ruckelt, es ruckelt ein kleines bisschen. Ich glaube nicht, dass es am Server liegt. Ich hoffe, man sieht das später in der Aufnahme nicht. Vielleicht ist es aber auch einfach, dass ich schon wieder mein Kabel so ein bisschen alles so... Naja, egal. Ähm. So. Ähm. Es geht weiter. Da hinten ist ein Gegner und hier fehlt der Boden. Da muss ich aufpassen, weil in sowas falle ich gerne rein. Wo einfach so Boden was fehlt. Ähm. Und das Ganze ist hier ein Ranked. Hier will ich ja jetzt nicht sterben. Denn hier geht's um mehr XP. Alter, was geht denn hier ab? Ähm. Hier geht's zum einen um mehr XP, dass man gewinnen kann, wenn man gewinnt. Und um ein Ranked-System, was ich natürlich auch nicht verlieren möchte. Irgendwie kann ich den Typ nicht hitten. Weil er den Boden den ganzen Zeit rumbackt. So das ist natürlich auch immer eine Voraussetzung für ein geiles Spiel. Leute, die den Boden rumbacken. Aber ey. Hier drinnen, in diesem Gebäude, hab ich mir noch nie Kampf gegeben. Also das, das, das finde ich schon, finde ich schon ganz, ganz nice. Ähm. So. Alles klar. Und? Er hat's überlebt. Ah, scheiße. Ich hab natürlich auf die andere Seite geschlagen. Ah, die wollen mich jetzt nach hinten rauskicken. Alles klar. Aber dann lass, das lass ich nicht so machen. Die Frage ist, die kommen auch gerade hier nicht so optimal aus diesem Teil raus. Okay, das war's jetzt. Das war's. Keine Chance mehr gehabt, da dran zu kommen. Ich hab aber schon ein paar Kills, glaub ich, gemacht. Ich weiß gerade gar nicht. Zwei. Zwei. Okay. Zwei Kills hab ich gemacht. Äh. Zwei von vier. Genau. Der andere hat Haichu gemacht. Das ist eine Statistik, mit der ich vollkommen leben kann. Ähm. Das bietet nämlich mir nichts. Dafür nehme ich mir hier diese Explosionsdingens-Teil. Boom. Ich hab's wahrscheinlich verkackt, das Teil einzusetzen. Egal. Okay, der trifft mich irgendwie nichts. Da verpiss ich mich mal direkt, weil der hat ein besseres Schwert. Und da lass ich mich nicht so gerne einfach mit dem ein, weil ich mich einfach viel leichter killen kann. So, jetzt hab ich aber auch ein Schwert. Steinschwert gegen Steinschwert. Wir beide haben's grad nicht getroffen. Irgendwie peinlich. Jetzt trefft nur ich dich, du triffst mich nicht. Aber es soll mir ja vollkommen recht sein. So, einfach, einfach draufkloppen. Mir egal wie. Ich fokuse jetzt niemanden. Bei der 152%, 62 jetzt. Naja, geil. Und ich brenne. Ähm. Ist hier nicht irgendwo Wasser? Da hinten wäre Wasser. Okay, ich bin jetzt eh schon wieder. Nicht mehr am Rennen. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich irgendwo... Die Druckplatte... Ich tu dir einfach mal nach da so. Ach, komm schon. Lass auf den Scheiß. What the food? Du hast mich gerade gut rausgehauen. Da war ich kurz überrascht. Äh, du hittest mir auch schon zu. Du bist derjenige, der mit mir die anderen Kills schon gemacht hat. Oh, kann sein, dass du gerade alle anderen komplett rausgehauen hast. Jetzt hab ich echt Respekt vor dir. Nein, das wollte ich gerade nehmen. Du hässliches... Oh, geil. Der ist ein Backe-Storm. Alter, der hat alle anderen gekillt. Alter, der hat's auf jeden Fall drauf, der Typ. Ich hab zwei Kills gemacht und der hat die restlichen Kills gemacht. Bis jetzt auf den Kill, den ich bei ihm noch gemacht habe. Aber ansonsten... Ähm. Also sonst würde ich sagen, läuft bei dem Typ. Und ich hab's hier recht verkackt, ey. Ich kann mich nicht entscheiden, auf welche Seite ich bringe. Und bin in der Luft einfach umgekehrt. Richtig genial. Und vielleicht merkt ihr, mit der Laune wird irgendwie im Laufe des Spiels besser. Weil es einfach mehr bockt. Wo ist der Typ jetzt hin? Na, war klar, da ist der da ist. So, mein Freund. Was, wie soll ich... 38% und du nicht? Ja, wahrscheinlich. Ich treffe dich in meiner eigenen Granate. Beste Leben. Ah, scheiße. So, hier ist erstmal ein Schwert. Damit kann ich gucken, dass ich mir da ein bisschen was vornehmen kann. Das Problem ist, für den steht's im Moment besser. Und der wird mich wahrscheinlich auch besser kriegen können. Das könnt ihr sogar mit so einem Scheiß anhalten, Alter. Auf dieses Kack anzünden hab ich hier gar keine Lust, ey. So, erstmal wieder zum Wasser gehen. Hier kann er mich mal mit seinem Scheißfeuer. Alter, was geht mit dem Ski? Wieso hittet der mich so übertrieben? Dann seine Feuerblume, Alter. Nein, ich gib mir das nicht. Ja, komm schon. Alter, bei dir läuft zu stark. Da hab ich keine Chance. GG. Ähm, ich glaube, ich hab dadurch schon wieder ein paar XP verloren. Stimmt das? Ne, ich hab sogar noch 5 dazu bekommen. Ähm, also nicht XP, sondern dieses Ranked-Rang-System. Ähm, ja. Dann war's jetzt, denk ich, für die Aufnahme. Ich hab jetzt lange genug gewartet, dass ich spielen kann. Ich weiß auch nicht, wie lange die Aufnahme selber gedauert hat. Ähm, wenn ihr jetzt, wie gesagt, irgendwas Tolles gesehen habt, äh, dann schreibt einfach ne Zeit von dem Tollen, was ihr gesehen habt, und habt in die Kommentare. Ich glaub, ich hab das jetzt sehr oft gesagt. Aber ich möchte es einfach mal machen, weil dieser Folge hab ich, glaub ich, schon ein paar, ein paar coole Momente bei, die es wert wäre, einfach mal in die Kommentare zu schreiben. Ähm, auch am Ende hier so eine spannende Szene, wo ich, wo der mich gekillt hat oder sowas. Keine Ahnung, macht doch einfach mal. Ich, ich fänd's cool. Also, ich fänd's einfach mal cool. Das ist, das ist so ein... So, warum nicht, ne? Naja, das war's jetzt aber. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Teilt es oder, ähm, abonniert uns. Und, äh, abonnieren, das wär wirklich toll, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr uns schon abonniert habt, dann teilen. Weil, mitteilen, unterstützt ihr uns? Yay! Ich fühl mich so heute wie so ein richtiger Gammler, weil ich einfach von euch Kommentare gammel oder von euch, äh, Likes gammel oder Abonnenten gammel. Aber, ne, wenn ich, wenn ich das nicht dazu sage, macht das halt keiner, ne? Das, das ist halt so. Hab ich mir bemerkt, ne? Ich sag das auch immer wieder gerne, 80% unserer Zuschauer sind keine Abonnenten von uns. Und das ist nicht richtig so. Das muss geändert werden. Ähm, naja, das war's jetzt aber wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.